Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute sprechen wir mal Tacheles über die Pille. Mit der Pille ist meistens die kombinierte Pille gemeint mit einem Östrogen und einem Gestagen, also einem Gelbkörperhormon. Sehr oft in der Vergangenheit und heute auch noch wird das Östrogen Ethinyl-Estradiol genutzt und die Gestagene unterscheiden sich erheblich teilweise auch von der Dosierung. Diese kombinierten Pillen nutzen viele Frauen, fast über 70% in Deutschland, zur Verhütung. Und die Pille wird seit vielen Jahren kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite stehen viele Menschen, die sagen, dieses Medikament greift erheblich in den Zyklus ein und nicht nur in den Zyklus, sondern in den weiblichen Körper allgemein. Es führt zu starken depressiven Veränderungen bei jugendlichen Frauen. Und wissen wir noch nicht mal, wie es sich langfristig auswirkt. Unterm Strich ist das ein Medikament, dessen Zulassung heute so gar nicht mehr über die Bühne gehen würde. Und die andere Gruppierung sagt, ja, aber es ist auch eine sexuelle Emanzipierung gewesen, als die Pille in den 60er Jahren rauskam. Die Frau konnte sich sexuell ausleben, so wie die Männer, ohne die Befürchtung zu haben, schwanger zu werden. Außerdem konnten Frauen nun unabhängig von der Befürchtung, schwanger zu werden, Karriere machen, Berufe ergreifen, akademische Berufe. Unabhängig davon, ob sie jetzt Karriere und Familie kombinieren müssen, sondern sie konnten es selbst entscheiden. Diese zwei Gruppierungen gibt es seit Jahrzehnten. Und wir wollen heute einfach mal einen Schritt zurückgehen und das Ganze so neutral wie möglich betrachten. Denn was, glaube ich, feststeht, und das kann man ruhig offen so sagen, ist die Pille an sich, die kombinierte Pille, ist eine Art Medikament. Ich greife erheblich in den Zyklus ein. Und ich möchte jetzt mal so zwei, drei, vier Fakts mit auf den Weg geben, die du so über die Pille wahrscheinlich noch nicht gehört hast. Und ganz zum Schluss möchte ich noch etwas Besonderes erzählen, denn ich möchte mal einen interner Einblick geben in die Verhütungsberatung. Wie läuft das überhaupt bei GynäkologInnen und warum sind auch viele Frauen da einfach frustriert und enttäuscht, wenn es um das Thema Verhütungsberatung geht? Vorneweg, es geht gleich nur um die kombinierte Pille, also die mit dem Östrogen und dem Gestergen. Nicht um eine Hormonspirale, nicht um die Minipille zum Beispiel, sondern um die kombinierte Pille, die die meisten Frauen nutzen. Fakt 1, hast du vielleicht mal gehört, die Hormone in der Pille sind nicht körpereigen. Sprich, wir haben auf unserem Geweben ganz viele Rezeptoren, Andockstellen für unsere Hormone. Und diese synthetisch hergestellten Hormone können einige Rezeptoren bedienen und da auch eine ziemlich effektive Wirkung erzielen. Nehmen wir mal die Gebärmutterschleimhaut, die ja durch die Pille wahnsinnig gehemmt wird im Wachstum. Nichtsdestotrotz gibt es in unserem Körper, auch gerade im Gehirn, viel, viel, viel mehr Rezeptoren, die aber nicht bedient werden können oder sogar blockiert werden durch die körperfremden Hormone. Wenn du also in deinem Blutkreislauf noch körpereigene Hormone hast, die zirkulieren, können die nicht andocken, weil ein synthetisches Hormon da dran gedockt hat. Und deswegen kommen auch viele Nebenwirkungen zustande. Und damit kommen wir zu Fakt 2. Die kombinierte Pille unterdrückt den eigenen Zyklus und dies ziemlich komplett. Die Eierstöcke haben mit einer normalen kombinierten Pille überhaupt keine Funktion mehr und bilden deswegen auch keine körpereigenen Hormone mehr. Die Östrogenproduktion in den Eierstöcken ist nicht mehr vorhanden, in der Nebenniere auch nur noch bedingt und im Fettgewebe auch nur noch bedingt. Die Bildung von dem Progesteron, dem natürlichen Gelbkörperhormon, wird natürlich auch nicht passieren, denn wir haben keinen Eisprung. Und erst aus dem geplatzten Follikel, was zurückbleibt, wird ja der Gelbkörper produziert und der produziert dann das Gelbkörperhormon. Wir haben also weder das körpereigene Östrogen, was weiter produziert wird, noch das körpereigene Progesteron und viele Nebenwirkungen der Pille zielen natürlich darauf ab, auf dieses Medikament an sich. Aber einige Nebenwirkungen eben auch auf die fehlende Wirkung der körpereigenen Hormone, zum Beispiel bei Depressionen. Körpereigene Östrogene und auch das körpereigene Progesteron sind quasi natürliche Antidepressiva. Wenn ich diese körpereigenen Hormone nicht mehr habe, können sie auch nicht antidepressiv wirken und das Gegenteil passiert. Fakt 3, über die Pille immer zu sprechen, macht mich wahnsinnig, denn es gibt nicht nur die Pille, wie ihr jetzt schon gehört habt. Es gibt mittlerweile vier Östrogene, die man geben kann, zum Teil ähneln die sich auch sehr dem körpereigenen Östradiol. Und es gibt noch viel mehr 15 bis 17 Gestagene, die man in so einer Pille zusetzen kann. Zusätzlich kann man diese zwei Hormone natürlich auch noch unterschiedlich dosieren und unterschiedlich kombinieren. Ich kann also das Östrogen 1, 2, 3 oder 4 mit eins von den 15 Gestagenen kombinieren und dann auch noch die Dosierung variieren. Sprich, wir haben nicht nur die eine Pille, sondern wir haben sehr, sehr, sehr viele Konstellationen an Pillen auf dem Markt. Und wenn eine Frau sich für die Pille entscheidet, muss man eben individuell gucken, welche Pille passt zu welcher Frau. Und selbst dann fährt man manchmal auf der falschen Schiene und muss das Präparat eventuell wechseln. Aber die eine Pille gibt es nicht. Das ist ein wichtiger Fakt. Nächster Fakt. Die Pille ist oft stigmatisierend. Das ist in die eine und in die andere Richtung so. Wenn die eine Frau sagt, ich nehme die Pille, ich bin auch zufrieden damit, ich möchte das gerne auch. Dann kann es sein, dass die nächste Frau oder Mann sagt, was, du nimmst die Pille? Das ist ja fülliges Gift. Wie kannst du deinem Körper sowas antun? Denk doch mal an dich. Und schon ist der Vorwurf da, für den man sich rechtfertigen muss. Auf der anderen Seite gilt das Ganze natürlich auch andersrum. Wenn man die Pille jetzt nicht nimmt aus Überzeugung, warum auch immer, dann geht das ganze Rechtfertigungssystem auf die andere Seite. Was? Du nimmst nicht die Pille. Du bist ja verantwortungslos. Du bist doch erst 17, 18 Jahre alt. Wie kannst du es wagen? Nicht, dass du schwanger wirst. Und dann, was ist dann? Musst du eine Abtreibung machen, etc. Also dieses Hin- und Her-Bashing ist extrem und ich bitte darum, das zu unterlassen. Denn jede Frau kann ja für sich mit ihrem Partner, ihrer Partnerin und ihrer Gynäkologin entscheiden, ob die Pille was für einen selbst ist oder eben nicht. Nächster Fakt, haben wir schon drüber gesprochen. Diese Pille als Medikament zu betrachten, macht einiges leichter. Denn Medikamente haben ein Wirkprofil, was gewollt ist und ein Nebenwirkungsprofil, was nicht gewollt ist und manchmal in Kauf genommen werden muss. Und das ist diese Nutzen-Risiko-Abwägung, die bei jedem Medikament in der Medizin gilt. Ist der potenzielle Nutzen größer als das potenzielle Risiko individuell betrachtet auf die Frau, die vor mir sitzt, dann ist die Pille eventuell eine gute Wahl. Ist das nicht so, dann ist es ein gefährliches Medikament, wo die Nebenwirkungen überwiegen. Und diese Abwägung gehört eben ärztlich betreut. Man kann nicht davon ausgehen, dass ich einen Online-Fragebogen auf irgendeiner Plattform, drei, vier Klicks mache, eine Pille zugeschickt bekomme nach Hause und die einfach einnehme mit dem Nebenwirkungsprofil, was im Raum steht, auf individuell die Frau bezogen. Wenn eine Frau adipöser ist, raucht, Thrombosen in der Vergangenheit hat oder auch Krebserkrankungen hat, dann darf diese Frau auf keinen Fall die Pille nehmen. Und das muss eben auch ärztlich überwacht bleiben. Und deswegen bleibt diese Verordnung auch Gegenstand der gynäkologischen Routinen. Nächster Fakt. Es gibt Frauen, die die Pillenhersteller am liebsten heiraten würden, weil sie wahnsinnig darauf angewiesen sind, weil der Nutzen viel, viel, viel größer ist. Nehmen wir das Beispiel bei einer Patientin, die eine tief infiltrierende Endometriose hat, eine der schmerzhaftesten und chronischsten Erkrankungen, die nicht heilbar sind, die es überhaupt gibt bei der Frau. Jede zehnte Frau, Dunkelziffer sicherlich höher, ist betroffen. Diese Frauen sind teilweise angewiesen auf die Pille, um ein Leben zu haben, was in irgendeiner Art überhaupt lebenswert ist. Ohne die Pille liegen sie im Monat ungefähr 10 bis 14 Tage flach im Bett und haben die stärksten Schmerzen. Also man muss auch sagen, die Pille hat ihre Daseinsberechtigung und nimmt natürlich als Medikament eine Sonderstellung ein beim Thema Verhütung. Und beim Thema Verhütung muss man sagen, gerade bei jungen Frauen stellt sich eine gewisse Alternativlosigkeit dar. Junge Frauen möchten auf keinen Fall schwanger werden mit 16, 17, 18, 19. Alle nicht-hormonellen Verhütungsmethoden kommen vielleicht nicht in Frage oder sind zu anstrengend, zu aufwendig, wenn wir jetzt über NFP zum Beispiel sprechen. Und deswegen kommt die Pille für sie ausschließlich in Frage. Und das ist für diese Frauen auch okay. Und jetzt kommen wir zum Schlussplädoyen. Ich möchte über die gynäkologische Verhütungsberatung in den Praxen sprechen, die oft kritisiert wird, wo man oft frustriert rauskommt, weil sie ist zu kurz. Sie ist nicht ausführlich genug. Es wurde nicht auf einen eingegangen. Und diese Kritik ist gerechtfertigt, muss aber in den meisten Fällen auf einer anderen Ebene gesucht werden als bei den GynäkologInnen vor Ort. Und das möchte ich euch erklären. Die Verhütungsberatung bei gesetzlich Versicherten wird mit einer Ziffer vergütet. Das ist die 01821. Die 01821 bringt 8 Euro pro Patientin pro Quartal. Also alle drei Monate. Die Kalkulationszeit, die vorgegeben ist, also die Zeit, die ich aufbringen sollte, müsste für eine Verhütungsberatung, für diese 8 Euro, liegt bei 6 Minuten. Ich habe also, wenn ich wirtschaftlich denke, 6 Minuten Zeit, um eine Verhütungsberatung zu machen. Egal, ob einem jetzt diese 8 Euro pro Quartal viel erscheinen oder vielleicht wenig erscheinen, die 6 Minuten Verhütungsberatungszeit als Kalkulationszeit, die vorgegeben ist, ist weder das eine noch das andere. In 6 Minuten lässt sich keine seriöse Verhütungsberatung machen. Punkt. Und das bringt uns GynäkologInnen in eine schwierige Entscheidung. Denn ich kann jetzt entweder sagen, ich möchte qualitativ arbeiten. Ich nehme mir also mehr Zeit, bin dann aber nicht mehr wirtschaftlich als Unternehmen. Wo ja auch viele Kosten auf der Agenda stehen. Personal, Miete, Geräte etc. Das ist die eine Entscheidung. Die andere Option ist, ich fahre die Qualität runter meiner Verhütungsberatung, fahre die Quantität hoch, bleibe also bei diesen 6 Minuten, arbeite wirtschaftlich, werde aber dem Anspruch an die Verhütungsberatung nicht gerecht. Qualität oder Quantität? Verhütungsberatung betrifft über 90% aller Paare in Deutschland. Über 90% sind auf diese 6 Minuten 8 Euro angewiesen. Verhütungsberatung bedeutet den Eingriff in die Biologie, Verantwortung zu übernehmen, Risiken abzuwägen. Verhütung bedeutet für viele Freiheit, Schutz, Emanzipation, Sexualität und natürlich Lebensqualität. In diesen 6 Minuten können wir diesem Anspruch nicht gerecht werden als Gynäkologen. Das frustriert nicht nur die PatientInnen, sondern eben auch die GynäkologInnen. Diese 6 Minuten bedeuten weiterhin ein Konfliktpotenzial. Der Konflikt zwischen einem selbst als Unternehmer, Unternehmerin, als Arzt und Ärztin und natürlich der Konflikt zwischen PatientInnen und Arzt, Ärztin bei einem zum Teil mangelnden Aufklärungsgespräch. Also ja, die Kritik ist definitiv gerechtfertigt. Aber die Kritik gilt nicht uns GynäkologInnen, sondern die Kritik muss weiter umgesucht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017